Hier feuert die Jungs an, hier und Gespannsport hier. Hier ist es gespannen. Die Kostanke mit Riesi Ölpach und Andrej und Tim Schöning. Die Kostanke mit Riesi Ölpach und Andrej und Tim Schöning. Das ist sicher, dass wir uns jetzt verhören. Aber vorne ist es Marco Timon, der Schöning ist ein Schöninger. Der Kostanke mit Riesi Ölpach, der Kostanke mit Riesi Ölpach und Andrej. Die Kostanke mit Riesi Ölpach und Riesi Ölpach. Die Kostanke mit Riesi Ölpach. Die Kostanke mit Riesi Ölpach. Schade da. So, jetzt lag noch mal was. Wando mit Platt 1. Marco und Timo Messel noch in Führung. Aber die Jäger reisen da nie ein. Und wie er sagt er. Eine Runde. Haben sie doch gerade durch den letzten Ecken. Schade. 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 Schade.